Hallo und guten Tag, hier spricht Raimund van Hilden. Ich war diesen Sommer in Stonehenge und habe mir die Frage gestellt, was sagt uns dieses Design, das heißt die funktionelle Struktur der 5000 Jahre alten Steinen. Nun, wir gehen hier einen Besucherweg und kommen zu den Steinen. Da kann man drum herum gehen, die Steine anfassen soll man selber nicht mehr. Das ist ja auch eine sinnvolle Tat, dass man das verboten hat hier. Am Rande des Weges sieht man den sogenannten Heilungsstein, den Healstone, möglicherweise so alt wie die ganze Anlage. Es gibt immer einen Audio-Guide, da kann man sich an den verschiedenen Punkten das anhören und sich die Anlage betrachten. Nun, sie ist schon sehr beeindruckend. Es sind zwar viele Leute, die sich dieses Weltkulturerbe anschauen, aber das zeigt auch, wie gewaltig diese Steine sind. Am Ende sieht man hier aus Pappmaché ein Modell, wie man diese Steine wohl transportiert hat. Da gibt es eigentlich ganz gute Hinweise, dass das geklappt hat. Das ist hier so eine Hütte, die hier vom English Heritage Trust da gezeigt wird. Und man sagt letztendlich, es ist ein ruinierter Tempel, wo wir eben nur Bruchstücke von sehen können, nach immerhin 5000 Jahren. Man hat auch Skelette ausgegraben und dieses Skelett, da habe ich aufmerksam hingesehen und hier sehen wir, dass dieser Wirbelkörper eingedrückt ist. Er hat also seine besten Zeiten gesehen. Also die Leute hatten damals auch schon Probleme mit Osteoporose, Sonnenlicht und Vitamin-D-Mangel. Nun, durchaus kann hier in Stonehenge die Sonne scheinen. Denn hier ist eine Aufnahme aus früheren Zeiten, wo man diesen Platz als magisch schon empfunden hat. Eben ein Tempel. Meinen Vortrag unterglieder ich in vier Teile. Wir haben hier einmal das Puzzle Stonehenge mit zwölf Teilen, was eben an Merkwürdigkeiten mir da aufgefallen ist. Was ist in einem Tempel anderes zu suchen als die Gottheiten, die den Menschen helfen? Ich habe mich an Gedanken und Antworten versucht und ein Fazit daraus gemacht. Beginnen wir mit Teil 1, das Puzzle mit zwölf Teilen. Wir haben hier einen Prozessionsweg. Hier vom Fluss Avon geht dieser Weg hier rauf zum Stonehenge. Und man kann sich vorstellen, dass die Leute dann hier am Morgen hochgegangen sind zu ihrem Tempel. Dann finden wir hier eine Besonderheit, dass ein Wassergraben ringsum läuft. Und der hat den Erdwall typischerweise auf der Innenseite. Also ein Rätsel, denn normalerweise ist zuerst der Hügel aufgeworfen und auf der Innenseite dann der Wassergraben. Wir haben einen Steinring und können uns fragen, wozu dient das Ganze? Und innen drin einen Kreis von Blausteinen. Hier die tatsächlichen vorhandenen Steine und so wie man es denkt, dass sie ursprünglich vorhanden waren. Und die Frage, warum gibt es auch zwei konzentrische Ringe? Warum hat der innere Kreis eine Hufeisensform? Warum findet man diese Gravur von Äxten auf diesen Steinen? Die hat man erst in den letzten Jahren entdeckt, indem man ein Laserprofil gemacht hat. Dadurch kann man nämlich millimeterfeine Unterschiede erkennen, die sich sonst mit dem bloßen Auge kaum sehen lassen. Und warum ist diese Anlage auf die Sonne ausgerichtet? Warum findet man keine Tier-Szenen? Das ist hier auf vielen Höhlen und Steinen aus der Steinzeit zu finden. Hier fehlen sie. Und wir haben den Standort. Was hat es zu bedeuten, dass gerade hier dieses Stonehenge errichtet wurde in der Mitte von England? Warum gibt es heute nur diese riesigen Steine, nichts mehr? Und warum auf der anderen Seite so viele Gräber in der Umgebung? Die kleinen roten Kreise, das sind die Gräber. Und hier ist die Stonehenge-Anlage selber. Nun, was erwartet man in einem Tempel, dass die Gottheit dem Menschen hilft? Und wir haben hier das Element Luft. Dadurch, dass die Leute hier diesen langen Anweg gehen, kommen sie in Puste. Das heißt, sie gehen gemeinschaftlich zum Tempel und haben dann hier schon eine Sporteinheit hinter sich. Im Weiteren kann man sich vorstellen, dass sie in den Wassergraben gestiegen sind. Dafür spricht eben, dass der Wassergrab von außen sofort zugänglich war. Als drittes, die Gottheit des Feuers oder der Sonne kann man spekulieren, ob hier tatsächlich dieser Außenring zugänglich war. Hier habe ich mal eine Leiter hingekritzelt. Es kann aber auch sein, dass hier Treppenstufen vorhanden gewesen sind, dass die Menschen hier oben Platz genommen haben. Denn was kann man mit einer Mauer machen im Sonnenschein? Man kann sich da drauflegen und wunderbar sonnen. Die Tiere, die wissen das. Und dieses Urwissen ist vielleicht auch in dieser Zeit vorhanden gewesen. Eine Wand, eine Mauer ist sehr gut geeignet für so etwas. Und viertes Element Erde. Hier haben wir die Blausteine in dieser Skizze eingezeichnet, deren Bewandtnis am rätselhaftesten ist. Das sind die vier Elemente, die wir hier identifizieren können. Nun versuchen wir uns an den Antworten. Der Prozessionsweg, das ist typisch letztendlich für alle Religionen, das gemeinsam auf den Tempel zugegangen wird. Und je höher er ist, umso besser. Ein Tempel liegt typischerweise auf dem Berg, weil er da dem Himmel näher ist. Und das beinhaltet auch immer schon eine körperliche Anstrengung. Es soll nicht jedem zugänglich sein. Nun, es ist hier letztendlich keine Anhöhe. England hat ja praktisch keine Berge. Warum ist der Erdwall innen und der Wassergraben außen? Nun, ein Wassergraben, hier ein Taufbecken in der Kathedrale in Salisbury, das ist nur wenige Kilometer entfernt, hat einen spirituellen Reiz. Das Wasser und Tempel, das ist eine Sache, die stets zusammengehört. Hier habe ich das als Stichwort mal bei Google Bilder eingegeben. Die Tempel haben immer einen Wasserbereich und sei es nur ein Taufbecken oder ein Reinigungsbereich. Und das ist der erste Bereich, auf den dann die Pilger getroffen sind. Und wozu dient dann der hohe Steinring? Nun, wenn wir hier Tempel rund eingeben, so sehen wir, dass das eigentlich eine klassische Urform ist, in der gebaut wurde. Und wenn wir das Stichwort Sonne eingeben, dann erkennen wir auch, dass es einen Sonnentempel gibt, der eben auch in einer äußeren Rundform gebaut wurde. Und diese Rundung ist ja dann für die Sonne zu allen Tageszeiten zugänglich. Und das ist doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass es hier eine Sonnenverehrung gegeben haben könnte. Wozu dient der Kreis von Blausteinen? Nun, eine Stähle gibt es in vielen Tempelbereichen. Hier Tempelstähle als Stichwort, die dann als Fokus der Verehrung dienen. Und das ist durchaus typisch. Diese Blausteine, die werden auch einige Entfernung von diesem Standort weg gebrochen und gefunden. Und hier sieht das quasi so aus wie eine Sammlung von den Hinkelsteinen des Obelix. Diese Steine motivieren sehr, sie da aus der Wand zu pflücken und abzutransportieren und sie zu Zwecken des Tempels da aufzubauen. Also das geht schon Hand in Hand. Hier sehen wir eine andere Stelle, den Ring von Brodgar. Einige hundert Kilometer weiter im Norden, ein größerer Tempel, wo eben auch diese Stählen als Punkte der Verehrung und Beschreibung des Heiligen verwendet werden. Warum gibt es denn jetzt auch zwei Ringe, einen inneren und einen äußeren Ring? Nun, wenn wir Tempel und Zirkel als Stichwort eingeben, dann sehen wir, dass die meisten Tempel oder viele einen Innenbereich haben und einen Außenbereich. Und das kann man eben so erklären, dass es ja eben die Priesterkaste immer gibt, die eben im zentraleren Bereich ist und die Besucher im äußeren Bereich. Also quasi eine feudale Zweiteilung der Gesellschaft, die dann auch erklärt, warum dieser Kraftakt im wahrsten Sinne des Wortes zustande kommt. Nämlich die einen planen und die anderen führen es dann auch aus. Warum hat der Innenkreis diese Hufeisenform? Denn hier vorne ist es offen. Nun, Hufeisen kennen wir von Tempelbauten als Absis. Es ist der offene Halbkreis, der sich hier öffnet und der dann auch den Zugang zum verehrten Bereich, zum heiligen Bereich klarstellt. Also hier ist dieses Hufeisen auf die Sonne ausgerichtet. Wozu dient die Lithographie der 100 Äxte? Nun, hier, das ist eine Axt aus dieser typischen Stonehenge-Zeit. Und so etwas ist hier offenbar abgebildet. Man kann natürlich nachdenken, könnten es Pilze sein, aber das passt letztendlich nach näherer Prüfung nicht. Und wenn man Arithon-Äxte eingibt, dann kriegt man hier bei Google auch diese typischen Fundstücke. Ich halte es für möglich, dass hier diese Äxte aufgehämmert wurden, also eingeprägt, eingraviert in den Stein, um Bedeutsames kenntlich zu machen, beispielsweise die Geburt eines Sohnes für den Stammesfürsten und ähnliche Ereignisse, die im Zusammenhang mit diesem verehrten Heiligtum stehen. Wozu dient die Ausrichtung auf die Sonnenwende? Nun, wenn wir die Stichworte Sunrise Through eingeben, dann sehen wir, dass viele Tempel natürlich auf die Sonne ausgerichtet ist. Der Mensch will sich ja mit den Kräften des Himmels und der Erde versöhnen. Und dann ist auch klar, dass das Tempelgebäude richtig aufgebaut werden muss in Sonnenorientierung. Und das ist natürlich ein weiterer Hinweis darauf, dass es hier was mit Sonne zu tun haben könnte. Warum gibt es keine Tierdarstellungen und Jagdszenen, also Bilder aus dem Leben? Nun, im Bereich des Tempels ist ja eigentlich etwas anderes angesagt, Frieden und Fasten. Also wenn wir Fasting und Tempel eingeben, dann sehen wir, dass hier durchaus das Fasten dargestellt wird. Generell gilt es wohl in allen Religionen, dass es Fastenregeln gibt, dass vor dem Ritual entsprechende Abstinenzzeiten einzuhalten sind. Und das spricht auch für die religiöse Nutzung dieser Stonehenge-Anlage, dass man hier eben nicht an das Essen erinnert. Welchen Vorteil hat dieser Standort? Ist er jetzt zufällig? Ich habe hier mal zwei willkürliche Linien hineingebracht, um die Orientierung auf der Landkarte zu erleichtern. Und wenn wir hier eine Wetterkarte hineinlegen, das ist die Strahlung durch die Sonne, dann sehen wir, dass die Strahlung am stärksten natürlich hier in Meeresnähe Lensend ist. Und die geringste Strahlung ist hier hinter Lon, das heißt an der Küste haben wir viel Sonneneinstrahlung. Hier wird es schon etwas kritisch. Wir müssen also eine Anlage, die vom Sonnenlicht leben will, so die Hypothese, möglichst weit in die Sonnenzone hineinschieben. Auf der anderen Seite zeigt die rechte Karte, how much does it rain, also die Regenmenge. Und hier ist eine fürchterlich hohe Regenmenge, das sind diese blauen und weißen Areale. Und hier geht es ein bisschen runter. Das heißt, Stonehenge ist ein ganz guter lokaler Kompromiss aus nicht zu viel Regen und trotzdem noch Sonne. Und ich habe diese Textstelle gefunden, die uns sagt, dass diese Felsen, die da aufgestellt wurden, aus den verschiedensten Regionen kamen. Hier sind sie mal eingezeichnet und das erinnert fast so an die Jakobswege. Das heißt, aus verschiedenen Zonen England sind die Steine herangebracht worden in diese gemeinsame Anlage. Interessanterweise aus östlichen Landesteilen. Ich kann mir vorstellen, dass hier in den westlichen Landesteilen andere, kleinere Anlagen waren, denn die hatten ja dann auch eine bessere Sonnenversorgung. Gerade die Sonnenlichtversorgung hier im Bereich von Stonehenge ist an der kritischen Grenze. Warum gab es jetzt nur diese riesigen Steine? Nun, das ist wahrscheinlich ein Wahrnehmungsfehler. Da überall, wo man in Tempel Megalithen gefunden hat, sind auch kleinere Steine ringsumher. Die hat man wahrscheinlich dann praktischerweise als Steinbruch benutzt und entfernt. Nur die großen konnte man nicht unter den Arm klemmen und wegschleppen. Also hier können wir eigentlich annehmen, im Vergleich mit anderen megalithischen Anlagen, dass auch kleine Steine dabei gewesen sind. Das heißt, eine Rampe, wo es dann auf diesen äußeren Steinringen ging, um sich da hinzusetzen, und das ist durchaus denkbar. Warum gibt es so viele Gräber in der Umgebung? Nun, das ist letztendlich nichts Ungewöhnliches. Im Bereich des Tempels findet man viele Skelette, weil nämlich all die Menschen, die da jetzt keine Heilung von ihren Krankheiten oder Altersbeschwerden gefunden haben, dann sich dann auch gleich in Nähe des Heiligtums beerdigen lassen. Das ist in allen Religionen ja ähnlich. Was sagen uns die Steine von Stonehenge? Nun, die Menschen haben eine intensive Beziehung zur Natur gelebt, zur Luft, zum Wasser, durchaus auch zur Sonne, ein Aspekt, der nicht von der Hand zu weisen ist, und auch eine Erdverbundenheit. Wenn Sie wissen möchten, was diese urzeitlichen Elemente mit der Gesundheit zu tun haben, dann empfehle ich Ihnen als nächstes diese Adresse vitamin-d-aktivierung.de. Da können Sie mein Video finden darüber, wie der Lebensstil sich auf die Gesundheit auswirkt, wie das Verhalten des Menschen sich unmittelbar auswirkt auf sein gesundheitliches Schicksal. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Mit diesen Urlaubsgedanken und Eindrücken schließe ich. Hier hat Raimund von Helden gesprochen. Tschüss! Tschüss!